Sovair. Bitte, tanze mit mir. Juhu! Pergadrois! Juhu! Juhu! Entschuldige! Denn du heißt nicht zufällig, Per! Per Günd, wie es heißt. Das ist ein Glück! Gerade den soll ich heute holen! Um die Gedärme sollen sich die Würmer streiten. Aber deine Seele ist Rohstoff, die kann man noch brauchen. In die Hölle steigt man jedenfalls nicht mit einem So-So-So. Ja, Per. So sehe ich, wir passen zusammen. Wie das Bein in die Hose. Na ja. Er ist noch zu stark. Frauen stehen ihm bei. Solve? Ich muss weg. Ich hab noch eine Arbeit zu tun. Ich warte hier. Hallo, Prophet Per. Hallo. Hallo. Du musst für den Sarg sorgen. Er soll prächtig sein. Was steht also auf dem Spiel, wenn's mit dir zu Ende geht? Sehr witzig. Gut. Dann beginnen wir gleich mit der Prozedur. Eine Frage noch. Was bedeutet das? Sei du selbst. Sei du selbst. Sei du selbst heißt, geh dir selbst an den Kragen. Wird du nicht? In meinen Augen. In den Waren.